Ich kann einfach hingehen und sag, so. Ah, das ist aber viel zu wenig. Ich bin gar nicht so weit hoch. Vielleicht macht er direkt so. Ich bin zwar immer noch nicht ganz hoch, aber es geht. Aber ich will das auf jeden Fall ein bisschen schräger machen, dass es ein bisschen anders aussieht. Oder ich habe eine richtig geile Idee. Ich glaube, ich mache so was brennendes rein. Kommt ein Lesserwerk rein, hier unten. Da. Da. Ja, da kommt brennendes Lesserwerk rein. Ich glaube, ich brauche den Tisch von der Architektschock, weil ich brauche die Treppen. Da ist er doch. Ja, das kriege ich hin. Ich glaube, den Baumann kommt kurz. Guten Abend, Raghuul. Ja, das ist echt immer geil, ne? Bei Zuhause im Glück. Also dieses, wie du schreibst, genau. Die ersten vier Tage, die ersten, ich sag mal, drei, vier Tage ist immer so, ja, weiß nicht, wir kommen ja gut voran. Und dann so die letzten Tage, da geht er immer rund. Boah, wir schaffen das nicht, obla, wir müssen Gas geben, Überstunden kloppeln, die ganze Nacht durchmachen. Das ist echt immer der Hammer eigentlich. Hast du vollkommen recht. So, wir brauchen Sticks. Sticks, 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 Sticks. Eine Pressure Plate. Also nehmen wir alle Sticks mit. Pressure Plate. Die halt so, glaube ich schön. Wir brauchen noch ein bisschen Gehölz. So. Nein. Da brauchen wir einmal. Da brauchen wir einmal. Machen wir einmal das. Und dann können wir den Tisch eigentlich schon bauen. Zack. Aber... Ja, ich finde, das ist aber, ich sag mal zu Hause, im Glück ist wenigstens eine von den, das ist eine von den Sendungen, die gucke ich zwischendurch tatsächlich mal. Allein nur, aber nur, weil, weil die da wirklich, ähm, ja, ich sag mal Härtefälle. Weil die mit den Häusern nicht fertig werden. Oder weil der Mann gestorben ist wegen Krankheit und die Kinder krank sind oder sowas. Das finde ich halt richtig cool. Und die bauen auch viel dann auch als Behindertengerecht um und so. Also das finde ich halt cool. Das ist nicht einfach so, ja, Kohle ausgegangen, ab geht's. Sondern, ähm, das ist wirklich wegen Schicksalsschlägen oder so. Bevor die dann noch so Häuser raus müssen oder so. Warum hab ich denn hier so eine Frame Einbrüche hier? Ja. So, gucken wir uns das an, wie das hier mit denen aussieht. Schon wieder dunkel. Ist ganz schön frech. Ja, sieht ja schon mal, ja, sieht ja schon mal gar nicht mal so scheiße aus. Da kommt hier vorne nur eine Treppe hin. So. Hier, mal schlafen, bevor ich gleich wieder irgendwie prügel kriege von irgendwas. Ne, ne, das ist keine Pseudo-Sendung. Also, die gibt's ja auch schon seit, prrr, seit Jahren. Wenn ich sogar seit Jahrzehnten sogar. Ist wirklich schon lang die Sendung. Guck mal, da läuft ein brennender Zombie. Oh. Verzieh dich. Jep. Wow. Hm. Eigentlich sieht das, das sieht ganz klobig aus, aber ich will das Ding nicht zu niedrig setzen, weil sonst brennt da Holz ab. Da hab ich keinen Bock drauf. Eigentlich könnte ich hier vielleicht nur so machen. Vielleicht nur so. Vielleicht nur so. Vielleicht nur so. Vielleicht nur so. Ich muss sowieso noch netherkristalle haben. So. Das wird, wie gesagt, der Eingangsbereich werden. Dann kann ich mal legen. Ähm. So. Dann kommt, wie gesagt, hier oben auch noch. Neuersche. Hier oben hoch. Bisschen, wie sagt man so schön, mittelalter Style. Ist es ja tatsächlich mit den Steinen. So jetzt nicht ganz mittelalter Style, weil das ist eher so Fachwerk Style, Stil überhaupt. Eigentlich. Aber das ist ja auch nur der Eingang. Ja, zehn Jahre gibt's doch auf jeden Fall. Ähm. 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 So, so groß würde ich ungefähr den Eingang machen. eingangsbereich und dann mal weiter schauen das weiß ich noch nicht ich würde sagen fast dass wir hier vielleicht so ein anbau daran machen hier wird so weitergehen erst mal oder ich wird der gang gemacht hat genau sein weiter mal gucken vielleicht mache ich auch hier den durchgang also so ungefähr den durchgang ist hier der garten ist da wieder hier weiter gebaut noch oder nach da hinten hin mal gucken die wir noch hier wird auf jeden fall noch fällt sein und da auch noch damals schauen ob ich dann oder ich mache hier abzweigungen da hinten lang das da hinten und felder hinkommen und dann mal schauen dort ist geplant ja die kann ja dann sowieso durchgehen sein da bräuchte nichts weiß ich was so da würde ich hier nicht in gang machen dann wäre hier nämlich eine abtrennung da würde ich vielleicht hier noch einen machen warum denn nicht dann könnten wir hier theoretisch das lagersystem rein bauen hier hinter dann hätte ich direkt wenn ich hier rein kommen direkt und sie mitte 12 also wie viel die ecke und ist doch das passt oder ist in der mitte und hier nämlich hier schön der lagersysteme und man so hat man sofort ein lagersystem hier ist doch schön läuft ja so soll es ja aussehen ich sage jetzt mal ja so südamerika aus dem naja sind wir sind immer in südamerika als richtig mittelamerika style die bauweise schon cool da bist du jetzt nur so ein gesicht ne spaß also ich finde die bauweise schon cool ich finde zum beispiel auch hier ankor wat und so was die finde ich richtig geil die die bauweise wollte ich mal minecraft world ja bauen aber das hat ein bisschen viel stein gekostet hätte das also ich finde das sieht eigentlich gar nicht so scheiße aus also je nachdem also ich will jetzt kein schloss bauen ich habe keine lust am schloss bauen eigentlich will ich eigentlich nur so ein haus tempel schrägstrich das sieht er ja aus wie tempel war wie gesagt hat kommen noch bestellt mal hier eine ein paar kisten bauen sachen die ich gerade mal nicht brauche dann lassen wir mal hier dann lassen wir hier lassen wir hier das nehmen wir mit das lassen wir hier so wenn wir mal ein bisschen zeug besorgen aus dem nether mal gucken ach viel zu prozent ich hätte auch erst mal aufladen können natürlich problem ist sowieso an die sieht habe ich sowieso viel zu wenig ja da würde ich aber gerne mal urlaub machen an koffert wie ich gerne mal angucken aber aber teuer dahin das hat das problem wollte im letzten schon eine andere rüstung bau ich was nicht mehr hört waren aber brauchen wir kurz eine eiselnustung weites mal weiter ja dann ich habe mal viel spaß beim reisen grüß mal deine bessere hälfte von mir und dann natürlich auch noch einen schönen sonntag und einen schönen start in die woche 3 bin ich so will wo ist das ist ein eigenes baum besser denn er sagt das soll ich ja besser späte das war nicht der nether würde ich mal sagen ich muss auf den mittleren knopf jetzt hallo ich brauche auf jeden fall nether quarts ein bisschen den Messer weg will ich mitnehmen ich höre jetzt schon Gas wow leck losstöhne ne kann ich nicht ist aber auch nicht so schlimm ohne das glowstone ich gebe mal den Glider die Gas hier Knauze ein bisschen glowstone kein problem kann ich aber mit dem arbeit läuft ein bisschen quarts mit solar array da dicke ok das hat überhaupt noch kobold wieso schläge dazu bauen krass oder so nett das ist gut da kann ich mir theoretisch kobold bald auf den hammer drauf kloppen und das schwert aus meniolin machen ok ich frage es gar nicht ja da brauchen wir Power das ist richtig das ist schon heftig der T4 noch ein bisschen Glowstone da können wir auch eine Ring mitnehmen guck mal da gucke ich mir nur ein paar Augen an was was ja schon übern stick ey läuft würde ich sagen 14 nether quarts ist natürlich viel zu wenig allein sehe ich schon wieder welches ja ja ich hatte da das war genau das machen wir cubes und eigentlich besuchen das kino sein wunderschönen guten abend ich muss mal kurz wussten hier um mehr mehr kiste quats und nicht gut und cool also die gasten geben wir so war ja hier der wahnsinn auch schon zehn stück ob sie die reine dicke stück die ärgerlich für dich endermann geh weg nicht mit nerven kommt du mich auch nicht oh man oh tschüss oh man go 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 go